Gymnastikübungen Gymnastikübungen, die dich von Stress befreien. Gymnastikübungen sind nicht nur gut für Kreislauf, Muskeln und Gelenke, sie können auch herrlich entspannend wirken und von Stress lösen. Gymnastikübungen sollen unsere Muskeln stärken, damit diese unsere Gelenke gut stützen. So werden Verletzungen vorgebeugt, der Grundumsatz steigt, unser Kreislauf wird angeregt und das Immunsystem gestärkt. Doch auch gegen Stress können Gymnastikübungen helfen. Gymnastikübungen gegen Stress Unter Stress spannen wir automatisch unsere Muskeln an, ziehen unbewusst die Schultern hoch, verkrampfen leicht, ohne uns dessen bewusst zu werden. Wer mit Stress gut umgehen kann, entspannt sich und seinen Körper auch wieder. Wer nicht gelernt hat, Stress richtig zu verarbeiten, löst sich nicht aus der unbewussten Verkrampfung und Verspannung. Dadurch entstehen unter anderem Fehlhaltungen, Schonhaltung und weitere Verspannungen. Und diese über einen längeren Zeitraum angespannten Muskeln reagieren dann mit Schmerz. Statistisch gesehen ist in 85% aller Fälle von Rückenschmerzen keine konkrete medizinische Ursache zu finden. Verursacht werden solche Probleme dann nur von stresspsychischen Problemen und nervlicher Überlastung. Du kannst mit Gymnastikübungen deine Muskulatur stärken, um solchen Verspannungen vorzubeugen oder die Muskulatur mit Gymnastikübungen lockern. Wir stellen dir hier Gymnastikübungen vor, mit denen du Stress und den Auswirkungen von Stress entgegenwirken kannst. Yoga-Sitz zugegeben Es braucht meist etwas Übung, um in den Yoga-Sitz zu kommen, bei dem der Schneidersitz mit oben liegenden Füßen ausgeführt wird. Schaffst du das nicht, so ist das auch kein Problem. Setze dich einfach in den Schneidersitz auf den Boden. Richte deinen Rücken ganz gerade auf, so als ob dich jemand von oben an einem Faden nach oben ziehen würde. Achte darauf, die Schultern nach unten fallen zu lassen und die Schulterblätter dabei nicht nach vorne zu kippen, um den Brustraum zu öffnen. Atme nun tief ein und wieder aus. Lasse den Atem fließen und fülle deinen geweiteten Brustraum mit frischer Luft. Daher öffne Fenster oder Balkontür, bevor du dich setzt. Nach nur wenigen tiefen Atemzügen fühlst du dich erfrischt und etwas entstresst. Verbeugung natürlich schaffen es nur wenige unter uns, den Kopf tatsächlich bei durchgestreckten Beinen auf die Knie zu legen, aber Übung macht den Meister. Achte darauf, den Rücken gerade zu halten und die Knie nicht zu beugen. Für den Anfang reicht es bei durchgestreckten Beinen dein eigenes Körpergewicht wirken zu lassen, indem du dich locker nach vorne beugst und die Arme zum Boden hängen lässt. Verhaare etwa eine halbe Minute in dieser Position. Du wirst merken, wie deine Muskeln mit jedem ruhigen Atemzug weicher werden. Diese Übung dehnt verkrampfte Muskulatur und sorgt für eine gute Durchblutung des Gehirns. Nicht wundern, die gesunde Gesichtsfarbe am Ende der Übung verschwindet schnell wieder. Auch ohne diese Übung lohnt es ab und zu dem Blickwinkel zu ändern. Rücken dehnen besonders gut funktioniert diese Übung mit einem Patsy-Ball. Hast du keinen, suche dir andere Gegenstände wie zum Beispiel eine weiche, runde Lehne von Sofa oder Sessel. Zur Not tut es auch ein Fußball oder anderer Ball aus dem Kinderzimmer oder Garten. Lehne dich rückwärts über den Patsy-Ball, die Sofa-Lehne oder einen anderen ähnlichen Gegenstand und dehne deine Rückenmuskulatur nach hinten. Öffne dabei auch die Arme. Wahrscheinlich wirst du ein Ziehen im Rücken und an der Brustmuskulatur spüren. Atme normal weiter und lasse die Dehnung wirken. Punkt. Nicht wippen, lasse locker und spüre, wie durch langes Sitzen nach vorne verkrümmte Muskulatur und Wirbelsäule sich strecken und dehnen können.